Willkommen, fuck, Willkommen zurück zu Let's Play Gothic 4 Arcania, also Gothic Arcania 4, was auch immer. Sorry wegen einem kleinen, also ich hatte gerade ein kleines Problem und zwar habe ich lustigerweise, failigerweise, wenn ich VW aufnehme, F9 als Aufnahmetaste und wenn ich hier F9 drücke, dann ist das ein Schnellladen, deswegen habe ich gerade aufgenommen und dann hat es angefangen zu laden. Ja, war einfach sov, egal. Jetzt habe ich die Taste wieder umgestellt, also ist jetzt alles wieder in Ordnung. So, nun gucken wir mal, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben aufgehört, als wir dieses Banner geholt haben und die Pilze für den komischen Kiffer da geholt haben. Ich werde leider... Oh, shit, ganz schnell, ganz schnell, Moment. Einen Moment, Leute. Es tut mir sehr leid, aber ja, ich musste gerade die Uhr suchen, denn... Sei mir gegrüßt. Erstmal Dialog. Die Standarte, hast du sie? Ich glaube, deine Standarte war tatsächlich bei den Goblins. Hier, ist sie das? Die Standarte meines Herrn. Sie ist es. Meine Ehre ist gerettet. Danke, Fremder. Danke. Schon gut. Ich muss jetzt zur Burg und... Du übrigens auch. Sehr wohl. Wir sehen uns auf Burg Silbersee. Alles klar, wir wissen aber Bescheid. Was ich gerade sagen wollte, ich kann leider nur 10 Minuten aufnehmen, Leute. Wie gesagt, ich habe zur Zeit, ich muss wieder arbeiten und es ist alles nicht so leicht. Auf jeden Fall, da es mir Spaß macht und ich natürlich weiter aufnehmen will und für euch, vor allem, weil auch die Nachfrage relativ groß war, was mich etwas erstaunt hat. Aber, ähm, auf jeden Fall, nehme ich natürlich gerne wieder auf und, äh, aber halt leider nur 10 Minuten. Aber Hauptsache, ihr habt erstmal ein neues Video zum Anschauen. Ja, für die Nicht-WOW-Fans. Ich nehme halt auch teilweise jetzt relativ viel WoW auf, aber, ähm, für die Nicht-WOW-Fans mache ich natürlich auch weiter mit Gothic 4. Das macht mir auch Spaß. Heute mal nicht im Kommenerator, ist vielleicht auch mal wieder, äh, was anderes. Und wir sind beim Kiffer. Und wir sind beim Kiffer. Heute mal wieder, wisse was, ich will den Töten. Ich bin total irre. Stirb du krankes Schwein. Mein Schädel, gib mir meinen Schädel. Alter, was ein kranker Brücker bist. Wo, mich, verrecke, gegen den. Was so? Auf keinen Fall in Nack, ein Fernkampfen gegen den Gen. Alter Schwede. Okay, Moment Oh Gott Der hat mich jetzt gerade irgendwie voll außer Fassung gebracht Egal Wo war man stehen geblieben? Ausrüstung Fernkampf bringen Fünf Fernkampf, zehn Rüstungen Ja, finde ich gerade schöner irgendwie Weiß ich nicht Was haben wir noch bekommen? Achso, wir haben eine gute Wo ist denn die gute Armbrust? Genau da Die gute Armbrust, allerdings halt ohne Bolzen Was ein bisschen doof ist Äh, aber Schriftstück haben wir genug bekommen, genau Erstmal alles lernen, was wir so haben Okay, die Ups, das war falsch, egal So, was haben wir denn jetzt gelernt? Nahrung Tränke Hm, naja, also Worgens Geheimnis Also die Tränke benutze ich jetzt zur Zeit irgendwie sowieso So gut wie gar nicht Deswegen lassen wir das jetzt einfach erstmal Noch eine Neuaufnahme Und, äh, gucken mal Bei dem Bei dem, äh, Burg am Silbersee vorbei Wir haben leider auch nur noch Sechs Minuten Zeit So leid ist mir echt tot, aber, ähm, egal Wir gucken jetzt mal beim Silbersee vorbei Das, der hat doch gesagt was von wegen, äh, Südosten Südosten war das glaube ich Ja, ich glaube es war Südosten Da müsste die Burg Sein, genau Den zweiten Teleportstein Habe ich noch nicht gefunden Das heißt, hier muss ich mir jetzt erst noch irgendwo Och, ich schufe einen Aufstieg Führt mir jetzt erst auf Ach Leute Ich glaube ich mach's Ist zu sechs Zwei kunstvolle Kompetitionen können in Folge ausgeführt werden Jeder einzelne Schlag benötigt zwölf Ausdauer Soll ich ein bisschen auf Was ist das hier Ja, Leute Ich mach ein bisschen Ein paar Punkte auf Disziplin Weil mir gesagt wurde Ich werde als Bogenschützer alleine nicht durchkommen Werden wir sehen Aber ich werde mir Vorsichtshalber mich ein bisschen absichern Sozusagen Indem ich auch ein bisschen In den Nahkampf gehe Genau Magie, äh, hab ich abgelegt Sozusagen Was ist das? Habe ich noch eine Quest Irgendwas Ach, die Wildschweinmägen Ich erinnere mich Sind das die Wildschweinmägen? Ja Komm Ah, verdammt Wie ich daneben schieße Was? So Hölle So, zum Beispiel Ich brauche was von denen Ah, jetzt hat endlich der Regen aufgehört Und zwar diese Wildschweinmägen Wunderbar Warte mal Hier Gegner Das sah gerade so aus wie Diese kleinen Scheißviecher da Oder das Hasen Die ich da sehe So Nächster Down Da sehe ich noch vier Ich brauche noch drei Mägen Ja, ihr seht auf der Karte Sind überall welche angezeigt Aber ich glaube ich werde die auch alle Wo werde ich die Ne, nicht in dieser Folge Sonst verschwende ich meine Folge hier Mit nutzlosem Scheiß Na komm So Und wo sollten wir die Quest abgeben Am Moment meinte die nicht Wartet auch im Silbersee da auf mich Oder will ich mir das jetzt mal ein Ich könnte jetzt schwören Die hat auch Wollte auch im Silbersee auf mich warten Ganz ehrlich Wir werden es ja sehen Ich gehe jetzt einfach weiter in Richtung Silbersee Dann werden wir es ja sehen Scheiße, Wildschwein Hätte ich mir jetzt eigentlich denken können Weil ich eben tausende Wildschwein Auf der Map gesehen immer hab Ah Scheiße Ah, manchmal verzieht die Maus So ein bisschen Also die Maus verzieht nicht Sondern ich lass die Taste los Dachte der Spenker, der schießt Aber dann schießt der gar nicht Weil es etwas Leckverzug gerade hat Weil ich hier Währenddessen Noch Videos Hochlade Hat so einen kleinen Leckverzug Was bist du denn? Du bist ein Hirsch Ach egal, scheiße, ich bin ein Hirsch So Das müsste eigentlich recht richtig sein, oder? Außer, dass wir noch viel mehr Spielschweine sind Na komm So, wunderbar, wieder zwei Wildschweine tot Gut, dass wir immer noch diese Mägen bekommen Also diese halbverdaubten Nüsse Aus denen man diese Medizin gewinnt Eventuell kriegen wir das Rezept gleich dafür Das wäre natürlich Obwohl, äh Wirklich brauchen tue ich es nicht Aber egal Genau, die Rune der sechs Winde Leute, ich vergesse es Es tut mir leid Hier, ich benutze sie wieder Hier, ihr seht es Na komm schon Oh ja, jetzt schieße ich auch noch daneben Ah Ja, das meine ich gerade mit dem bisschen Leckverzug Das ist ein bisschen doof, egal Na komm So Sind die beiden tot Ist es die mit den Mägen? Ich glaub schon Gucken wir mal Gucken wir mal nach Ich brauche Hilfe Hilfe? Wobei? Unsere Gilde hat als Symbol eine goldene Pfeilspitze Ich habe sie vor der Schlacht in einer Höhle versteckt Und jetzt? Haben sich die verfluchten Goblins überall breit gemacht Auch in der Höhle, in der ich die Pfeilspitze versteckt habe Kannst du sie mir holen? Ich hole dir die goldene Pfeilspitze Sag mir einfach nur, wo ich die Höhle der Goblins finde Sie ist im Osten von hier Ganz in der Nähe Ich gehe die Dialog jetzt eben nicht durch Denn, äh, ja Ja Leute, es ist schon zu spät Es tut mir leid Ich muss hier Schluss machen Ja Wir sehen uns hier das nächste Mal wieder Dann holen wir uns die Goblins Die Höhle scheint direkt da zu sein Äh, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder Bis dahin, viel Spaß mit den Videos Euer Hedi Ich gehe die Höhle Ich gehe das bisschen Ich gehe den Kanal